So, da sind wir wieder. Also, ich habe ja in der letzten Folge mich damit verabschieden, indem wir hier ein paar Mal heruntergefallen sind und gestorben sind. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir die Schuld für ein paar Gegenstände genommen, dass wir, wenn wir drauf zusprinten, ein bisschen weiterkommen und so haben wir es dann letztendlich geschafft. Nach, keine Ahnung, 10, 15 Versuchen. Also, wir haben es geschafft. Gegenstände müssen wir dann nur, wenn wir wieder hier rausgehen, mitnehmen. So, Sprinten aus. Auf jeden Fall, wir sind jetzt weitergekommen, weil ich das jetzt einfach nur so versucht, das hätte wahrscheinlich einfach zu lange gedauert, da, bis wir da... Ihh, na komm her, komm her, komm her, der hat nicht... Alter, der hat mit einem One-Hit über die Hälfte weggeballert. Oh, der war stark. Okay, zeig mal, was hast du denn? Stumpfe Waffel, Zweihändig, Stahl, Kriegsachsor. So, 32 Kilo. Äh, die nehmen wir auf jeden Fall mal mit, so wir gucken mal, was wir wegschmeißen. Komm, äh, ciao. Mal geschüttelt, ciao. So, das müsste doch hier sein, das Zylinderding. Wie komm ich da jetzt ran? Wie komm ich da jetzt ran? Wie komm ich da jetzt ran? So, der Scheiß, wo hängt der denn da fest? Nehä. Hallo. Kannst du mal auf, wieder festzuhängen? So. Vielleicht geht's. Schon wieder. Achso. So. Da ist noch eine Etage drüber. Wie komm ich da jetzt bitte hin? Kannst du mir das mal sagen? Oh, weiß was. Ja, geil. Der fährt doch irgendwie bestimmt da hoch. Oh, ernsthaft. Ich hasse diese Ruinen. Hallo. Er ist so dämlich, hier dran vorbeizuspringen. Ernsthaft? Boah. Schön wie der irgendwo so ein Kackschall, der da. Den wir jetzt nicht finden. Mist. Wenn wir denn da hochkommen und dann... Der Würfel, der ist doch hier oben. Komm ich jetzt da mit da hoch. Da hochlaufen, wie nichts. Oh, schritten. Zack, 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 zack. Neh. Hör auf zu packen. Komm schon. Ah. Oh, das kann nicht wahr sein. Das ist doch scheiße. Ist hier noch irgendwas, was wir irgendwo bestätigen können. Ah, jetzt. Wenn die anderen Wege, die wir nicht gesehen haben. Das muss ja eben irgendwo drin sein. Nein. Wir machen mal... Obwohl, ja, okay, habe ich schon darüber gespeichert. Haha. Aber wir haben jetzt... ...dringens. Ach so, irgendwo ein Schalter geben. Die ist doch gar nicht anders. Das muss doch irgendwo einschalten. Der... ...de... ...die... ...dringen da. Bato... ...irgendwas. Bato... ...leckerein Arsch, heißte. So. Da... Schalter dafür, ne? Hm. Die hätten echt krank der Levitation mitnehmen sollen. Ah, toll. Wo ist jetzt die Kackenlaterne? Der ist auch bewusst. Okay, weißt du was? Dann nehmen wir einfach die hier. Nein, nicht den komischen Fräger. So, dann stellen wir die mal hier hin. Wo ist sie jetzt da? Ja. Die Invitationstränke erreichen das Leben ungemein, würde ich mal sagen. Ja. So ein Mist. Und das, nachdem wir uns die abgerackert haben, da rüber zu kommen. Ich hab auch nicht so was dabei, das ist echt scheiße. Hm. Was machen wir denn jetzt? Aber irgendwas wird sprungen. Scheißt euch. Leben entdecken, Bewusstsein entdecken, Wasseratmung. Was machen wir denn, was machen wir denn erst? Ne, was machen wir denn dort? Ja. Was machen wir denn? Ja, wir machen das Schalter. Was machen wir denn? Ja. war das die Türe, wo wir nicht durchkamen, das glaub ich die, äh, klar gelaufen, alle. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, was machen wir denn jetzt hier, was machen wir denn jetzt? Ich glaub, wir müssen tatsächlich zurück. Miest. So ein Fugmist. Das kann doch nicht sein. Kommen wir denn jetzt wiesens wieder hier rüber? Oh. Äh, und wo? Äh, ich glaub wir werden hier vielleicht sterben. Äh, jetzt kann ich hier nochmal von vorne. Äh, nein. Drei. Mach mega schon weggeklatscht. Ja, er schwebt. Äh. Okay. Warte mal. Kommen wir auf ihn. Darauf. Äh. Oder? Oh, doch. Hm. Verdammt. Kann da nicht schwer sein. Das ist auch kalle. Äh. Äh. Kann da nicht rumlaufen. Kann da nicht rumlaufen. Ich will jetzt hier nochmal zurück in die Stadt latschen, nur um das herauszulegen. Und das tut doch irgendwas gegen. Warte mal. Hammer hier. Den Hammer zum Beispiel. Können wir das Ding nur fallen lassen. Können wir ihn nicht da rein machen. Scheiße. Mal so schief nach oben vielleicht. Bei ihm hier. Soll ich hier das Ding. Nehmen. was die, die, die atmet. So. Und volle Axt aus, Danny. So. Irgendwann hier aus. Was haben wir da dran? Nein, nicht so. Machen wir so rum. Das ist ja seitlich zu stehen, ne? Ja, gut. Okay, dann kann man hier oben drauf stehen. Warum macht ihr ihn nicht mehr so dahin? Äh. Jetzt gehen aber die Gegenstände aus für sowas. Anweisungen, Papier. Willkommenhöhe. Ich will auch nochmal sehen, was da drin ist. So, was haben wir hier noch? Oh. Oh. Geh, ich bin ein bisschen längiger. Oh. Oh. Echt jetzt? Oh. Geh doch da rauf. Geh. Da rauf zu spinden jetzt. Wow. Äh. Oh ne, ja komm, wir müssen, tatsächlich, wir müssen hier zurück aus, was sag ich, Scheiße. Nein, ich bin kein Eckner. Mann, äh, äh. Du glatzköpfiger, äh. Sei ein bisschen auf in deinen Augen gestorben. Ja, 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 stirb, stirb, stirb noch mal, Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab, so. Ja, dann machen wir uns wohl auf den nächsten Weg zu, äh, in der nächsten Folge auf den Weg zurück in die Stadt, dann sehen wir zu, dass wir irgendwie die Levitations weggehen. Nein. Bis dahin, tschüss, mit.